Hallo und herzlich Willkommen zu FTL. Wir reisen weiter durch die Galaxie und wollen dann möglichst bald der Föderation wichtige Informationen zukommen lassen und mal schauen, ob uns das gelingt. Wir springen in den nächsten Sektor, habe ich gesagt. Wir springen in den Engi-Gebiet. So Engi-Raum erreicht. Mit dem Fall der Föderation sind die für diese robotischen Lebensformen harte Zeiten angebrochen, doch sie sind meistens trotzdem hitzbereit. Das ist gut, das mag ich. Dann können wir fliegen. Da ist auch gleich ein Shop. Wir haben aber nichts zu verkaufen. Wir können aber Treibstoff kaufen. Das kann man auf jeden Fall mal tun. Dann können wir hier direkt Treibstoff kaufen. Haben wir das? So, okay. Treibstoff brauchen wir jede Menge. Und dann springen wir mal so längs, dass wir möglichst viel Raum abgreifen. Wenn wir dann trotzdem ins Ausgang kommen, das ist wunderbar. Wir haben alle möglichen Wege frei. Auf jeden Fall. So, da ist noch ein Shop. Guck mal, da ist noch ein Shop. Aber wir haben nichts, was wir jetzt brauchen für den Shop. So, oh ja, da haben wir schon. Rebellenjäger. Hier liegt die Vermutung nahe, dass die Rebellenflotte bereits in den Raum der Engis vorgedrungen ist. Du gehst auf Abfangkurs. So. Dann feuern wir natürlich erstmal ihr Waffensystem aus. Und Antrieb. Ja, unsere Schilder müssen wir unbedingt verbessern. Diese kleinen, piekse Dinger haben uns nicht so sehr neppen. Ja. Die andere Waffe dauert länger. Zack. Ich will das nächstes. Und Kontrollpult hier. Ach, den soll ich mal ausschalten. Ja. Äh, ja. Nein, wir haben ihn fast so weit. Wir machen ihn aus. Das nervt. Zerstört. Wunderbar. Zack. Haben wir. Und dann sollten wir unbedingt das Ding hier ach, die Schilder für den Woch verbessern, ne? Komm, nächstes Mal. Die Schilder für Stück. So, weiter geht's. Das Ding hat uns viel gekostet, aber die bringt auch viel. Die ist ganz geil. Okay. Wir müssen mal ein bisschen nach vorne. Das ist ein Notfall unten gewesen. Ah, hier ist das Spiel gesehen. Hm, was ist das hier? Bis zum Ausbruch des Krieges muss das ein wahres Paradies für Piraten gewesen sein, aber die Piraten, die dir jetzt gegenüber wirkt müde und hungrig, äh, du wirst gegen ihn kämpfen müssen. Ja. Warnung, Eindringen. Ach, nein. Ach, der hat so eine Maschine. Ach, die Dinger nerven. Ah, ja, 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 ja. Schalten wir das trotzdem aus. Und dann schalten wir das aus, so. Ach, für den Eindringen? Ach, den Eindringen bin ich selber. Okay. Alles klar. Ähm. Ähm. Die war wirklich schneller. So. Ja. Schaff's drauf. Piratenaufklärung. Selber Piratnet. Ah, komm, wer lässt mich ziehen. Alles gut, oder ne? Ja. So. So. Sonst trotzdem reparieren. Ein bisschen warten. So, sind wir fertig. Dann können wir springen. Sollten wir auch tun. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Da ist ein Notfall, da sollte ich hin, genau. Dann sollen wir wirklich schnell kommen. Äh, mit, äh, einer Falle versehen. Das Lager mit einer Falle wird ein Lager sichern. Du merkst eine Engelkunde, die sich auch in der Rückseite des Nahenlängers Mondes befindet. Die Engels sind dabei, ein Auslustungslager aus der Zeit des Krieges zwischen Mentis und Föderation auszugraben. Die Schlangen vor ist als Köder für die Rebellenfleuts benutzen, die dich verfolgen. Das Lager mit einer Falle versehen. Das Lager sichern. Jo. Jo. So. Haben wir gemacht. Okay. Dann haben wir da noch einen Notfall. Oh. Wir haben zwei Notfalle. Dann fliegen wir jetzt mal zu dem Notfall hin. So. So. Das hat geholfen. Okay. Und. Dann können wir hier so ein Ding nochmal gönnen und dann können wir hier unser System wieder einschalten. Das nächste ist, äh, gleich springen wir zum nächsten Unfall. Nächstes möchte ich hier das Schild verbessern. So. Annehmen. Da brauchen wir aber noch zwei Punkte. Naja. Wir haben ja noch einen Unfall. Der ist von da. Ne. Wir müssen von dort auch springen. Dann machen wir sie zurück. Okay. Genau. Und dann springen wir hier zum Notfall. Schiff untersuchen. Du triffst auf ein beschädigend verlassene Piratenschiff. Du nimmst mit, was du noch gebrauchen kannst und lässt du weiter. Okay. Alles klar. Ja. Kann wir leider nicht. Kost 25. Hm. Schade. Wenn hier weiter nichts verbessern. Dann fliegen wir tatsächlich weiter. Notfalls hier sind wir zu Ende. Fliegen wir dahin. Äh. Dem Zivilaussehen. Die Sensoren melden zwei Schiffe, die in einem wilden Kampf entwickelt sind. Es sieht so aus, als würde das Mantis Kriegsschiff seine Beute problemlos besiegen können. Kann dir auch dein Zivilschiff helfen. Weiter. Ah nein. Der hat hier einen gescheißen. Die jetzt, äh, das nervt. Das war so klar. Das war sooo klar. Ja. Die Türen sichern. Der wird in den Helfen gehen hier. Hopp. Dann können wir auch die Tür zu machen. So. So. Äh. Nicht, dass er uns abhaut. Oh, dann zerstören wir das Schilder. Ah, die Waffensysteme sind schon wieder bereit. Ah, schon zerstört. Alles klar. Und ihn auch getötet. Das Schiffsbericht in Stücke. Versorgungsschiff. Aha, wir kommen an Bord. Siehst du, wo haben wir noch einen Kuhmitglied mehr? Wunderbar. Jetzt mal dann. Was kann er denn besonders gut? Er ist auch. Er kann auch nichts. Man muss hier in Krankenstation. Er muss auch in die Krankenstation. So. Oh, wir haben jetzt zwei Energien bekommen. Ah ne. Doch nur eine jetzt. Da brauchen wir noch eine, ne? So, dann können wir unser Schutzschild erweitern. Das ist hervorragend. Das ist hervorragend. Lassen wir ihn dort. Okay. Ne, die Tür nicht. So. Alles klar. weiter. Ja. Genau. Dann können wir hier nochmal hinspringen. Da haben wir so einen Versuch, die Daten des Schiffes runterzuladen. Besser? Keiner? Doch. Ach. Ach. Mentesjäger. Beziehung neutral. Versuchen. Verbrauchens was. Ausnahmsweise entdeckst du die Mentes einmal bevor sie dich entdecken. Puh. Warum? Kann man gebrauchen. Ah, da ist wieder einer mit Transporter. Ah, 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 ah. Mhm. Kann ich hier zu zweit kämpfen. So. Gerade hier an dem Sauerstoffsystem ist es ein bisschen heikel. So, dann haben wir schön Feuer da drüben. So. Nichts, dass wir uns abhauen und das Triebwerk kaputt machen. Und die Steuerkonsole. Und zerstört. So. Heute hat es ja schön funktioniert. Das da. Den auch noch mal reparieren lassen. Ne. Ja. So. Ja. Die Oben sind wir schon zu nah. Deswegen kann man hier. Das geht nicht. Also kriegen wir hier. Ja. Okay. Dann haben wir es wieder. He he. Wieder eine Folge geschafft. Ja. Diesmal ein bisschen kürzer. Ziemlich schnell durchgekommen. Alles klar. Dann habt euch wohl. Bis demnächst. Wir sehen uns hier an derselben Stelle. Und habt euch wohl. Bis dann. Euer Jockel. Ciao. Ciao. Ciao.